Und wer bist du? Nur so ein Scheiß-Mutant. Du bist ein Superheld. Es ist deine Pflicht, uns zu helfen. Gar nichts wirst du tun, Wolverine, außer dich vor meinen Augen aufzulösen. All die furchtbaren Sachen, die in der Schule passiert sind, die sind unter meiner Aufsicht passiert. Und das werde ich mir nie verzeihen. Wie könnte Logan so etwas Furchtbares tun? Ganz einfach, er ist ein verdammtes Tier. Ich bin die Stimme, die dich nachts nicht schlafen lässt. Du versuchst davor zu fliehen. Doch mir kannst du nicht entkommen. Die Mutanten lassen sich deinen Scheiß ab sofort nicht mehr gefallen. Wir sind das Licht. Du bist dran, Junge. Wir sind das , wenn sie Esta davor immer gelegt ist zu haben! Du bist allora viel Fl Brook.